hallo leute willkommen zurück bei among us so wir nehmen jetzt einfach mal diese gruppe hier mit ich dachte gerade stone sheep hat eine gruppe geöffnet aber ach gottes willen was ist denn das hier für ein witz ne 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 da gehe ich gleich wieder raus also stone sheep willst mich komplett verarschen ich weiß dass es schieb schieb aber ja komm ich spiel mal mit boah bin ich schnell oi 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 der sieht halt echt aus wie stone sheep schwarz und diese hörner ja moin imposters one anonymes votes off ok jetzt schauen wir mal wie die runde wird die runde wird lustig boah start doch die runde alter will der so lang warten manche im public tun auch echt holen da fragt man sich wann geht es los start you heard me i'm not starting until someone say sorry was meinst denn ich gehe wieder raus was was meint der aber man manche leute dann gehe ich mal zum dieser gruppe rein ja da ist alles wieder normal alter man 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 manche leute der wollte auch nur tollen oder der hat nicht gestartet der wollte nicht starten der hat absichtlich das gemacht oh 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 co mate co mate one imposter among us hoffentlich werden wir nicht wieder gekillt die weapons da ist jetzt nichts bei den navigations habe ich eine task zu erledigen ich werde am besten mal mit pumba also mit dem mit dem da mitgehen und mit dem blauen äh ja so machen wir das mal so alter bin ich aufgeregt wenn ich aufnehme ey oh da bin ich deutlich nervöser ok normalerweise müsste ich mich ähm würde ich gar nicht muten also anfangs habe ich wirklich nie geredet bei among us aber mittlerweile macht es echt spaß da kann man ein bisschen reden so jetzt den download machen joa deswegen ist muten dann immer besser falls man dann redet ne ja ist ja logisch ne boah alter among us ist so geil aber sliver io liebe ich auch also das sind beides so tolle spiele was 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 ist denn hier ähm admin admin wartet so so nicht dass sie jetzt denken das war ein surf report ja who is the imposter hab ich doch auch keine ahnung ich würde skippen skip wartet so man alter leute nicht dass die jetzt denken es war ein surf report bestimmt denken die jetzt so oder man 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 natürlich der ein oder andere denkt schon dass ich ein surf report mache ja das ist natürlich mal wieder logisch kennt man nicht anders bei public servern aber ich find public trotzdem geil mit computer wäre auch genial aber das kannst du nicht so wie best live io mit bots machen oder so wir machen den upload ich würde eigentlich gern mal wieder polos spielen aber gut skald ist auch geil wobei die zweite map ist auch genial die ist halt sehr linear aber die will ich auch mal wieder spielen okay gehen wir kurz in den electrical wobei da werde ich bestimmt gekillt wenn ich da jetzt hinlaufe ach gott da habe ich ja gar keine tats zu erledigen ich idiot ich habe bei matt bay noch einen scan wer auch immer der imposter ist er ist bisher mir noch gar nicht so wirklich aufgefallen die sind der ist verdammt ruhig okay er hat zwei gekillt ich sollte mal nicht sagen dass er ruhig ist so wenn er jetzt schlau ist kommt er in den mad bay oh gott oh two geht in die luft in 20 sekunden ich muss mich scannen verdammt wartet schnell 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 okay zum thema der imposter ist verdammt ruhig jetzt ist schwarz und blau tot keine ahnung boah leute ich habe echt keine ahnung wer es sein könnte in admin mhm schon wieder admin also der killer ist auf jeden fall in meinem admin aktiv ich würde braun vermuten könnte es vielleicht braun sein ja das ist jetzt eine gute frage ich vermute irgendwie braun i don't know i don't know ich tippe aber jetzt echt braun oder alter wobei lego okay skip dann skippen wir dann skippen wir mal sehen ob es wieder jemand auf mich abgesehen hat dark green bitte voten der will jetzt das nicht ernsthaft ach okay der will das jetzt nicht ernsthaft in die länge ziehen ne macht er nicht okay ehre no one was ejected skippt yo one imposter remain ist jetzt halt die frage wer ist der imposter die muss schnell zum admin laufen boah die anderen haben auch noch gar keine task erledigt sag mal warum macht ihr das nicht so die karte schnell machen zack alter normalerweise habe ich bei der karte voll die probleme da zeigt sie mal an too fast too fast too slow aber diesmal klappt es relativ gut fix lights oh man macht das mal jemand kurz oder soll ich kurz den egg to kill dann gehe ich hin aber ich habe Angst dass ich jetzt getötet werde weil da jemand auf mich wartet oh oh okay ich bin nicht alleine ich dachte gerade dark queen der wartet jetzt bis bis ich da hinlaufe und dann tötet er mich dark queen dark queen ist es bestimmt der will mich töten der läuft mir hinterher bist du es ich trau mich ja ich sag jetzt nicht zu ihm hinzulaufen ich meine task erledigt ach der ist es der ist es zu 100% wir müssen schnell in o2 sonst geht alles in die luft oder warte mal wer wartet denn im o2 auf mich niemand ja aber der bringt mich jetzt um der bringt mich jetzt um oder nein also dunkelgrün ist es nicht der hätte mich längst töten können dann vielleicht rot boah der imposter ist schlau der imposter ist schlau aber wir kriegen es nicht mehr rechtzeitig hin es war braun ich wusste es doch ich hab es geahnt ich hab braun geahnt man 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 ah man das ist übel okay das war übel das war halt echt übel krass 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 das ist die letzte runde für das video mal sehen ob ich es hochladen werde schauen wir mal schalalala schalalala schalalalalalalalalala man ich möchte nicht dass hier irgendwelche discord nachrichten angezeigt werden das ist alles privat deswegen werde ich es auf unlisted setzen geht keinen was an so ich bin mal gespannt was habe ich denn für tasks die navigation storage admin electrical voll wenig tasks also normalerweise habe ich viel mehr das stellen die gerade so ein dass man oh mein na tschuldigung dass man nicht viele tasks hat läufst du mir hinterher ne manche trollen auch nur ich werde so oft getötet als crewmate aber ich bin so gerne crewmate muss ich auch sagen also mir macht spaß herauszufinden wer könnte imposter sein ich werde als crewmate eh immer getötet suit left the game okay ja ich werde als crewmate immer getötet ich sag's doch ich hab's gerade gesagt es ist doch einfach nur lächerlich aber ich lieb's trotzdem crewmate zu sein alter 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 gut mal schauen wir jetzt aber pink habe ich schon irgendwie vermutet ja 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 pink okay alles klar schwarz vermutet auch pink dann wird pink jetzt glaube ich rausfliegen glaube ich ja 100% bestimmt dann schmeißt pink erst mal raus dann haben wir gewonnen oder ist dann die runde schon vorbei orange so schreibt man nicht orange ach Gott pink was an imposter was der imposter genau null imposter remained gut dann reicht's jetzt auch bis zum nächsten mal hat wieder großen spaß gemacht mit euch mit euch ihr habt gar nicht mitgespielt egal ähm hat hoffentlich euch gefallen zuzuschauen bis zum nächsten mal Leute und ciao